Seit kurzem gibt es mit Monster Hunter Now einen Pokémon Go Ableger im Monster Hunter Universum. Das finde ich gut, das macht sogar ein bisschen Spaß und fühlt sich für mich besser an als Pokémon, weil ich hier endlich mal was töten kann. Und ich habe ein Foto von einem Diablos gemacht. Und wenn ich damit viele Stunden Spaß habe, dachte ich mir, dann sollte ich doch auch so viel Geld da reinstecken wie in ein normales Monster Hunter, also so 60 Euro. Aber da es sich ja hier um ein Mobile Game handelt, in dem der Wert der Dinge hinter Soft Currencies, wie in diesem Fall Juwelen, versteckt sind, dachte ich mir, gucke ich mir doch mal an, was das Ganze wirklich an Kosten verursacht und wie weit ich dann mit meinen 60 Euro überhaupt kommen würde. So viele Items gibt es in dem Spiel Gott sei Dank nicht. Tränke bekommt man im Grunde 5 am Tag geschenkt, was in der Regel ausreicht. Farbbälle leider nicht und die benutze ich eigentlich ganz gerne, denn ich kann so ein Monster später in Ruhe zu Hause oder zusammen mit Olli verkloppen. Und dann gibt es da noch die beiden Klumpen, die meinen Radius vergrößern, was aber auch nur 15 Minuten anhält und da man eh umhergeht, gar nicht mal so toll ist. Aber natürlich kosten diese Dinge kein Geld, sondern Juwelen und die muss man sich mit Geld kaufen. Ja, und da gibt es einige Möglichkeiten. Erst einmal gibt es ganz klassisch Juwelenpakete. Interessanterweise gibt es bei den Juwelenpaketen keinen Massenrabatt. Das einzelne Juwel wird also nicht tendenziell günstiger, je mehr man gleichzeitig kauft. Über den Daumen gepeilt ist das 300er Paket aber das teuerste und das 7500er Paket das günstigste, wobei es da auch nur um 3% Unterschied geht. Es gibt aber noch ein paar Bonusjuwelen bei den Paketen, wenn man sie zum ersten Mal kauft, was den Itempreis ein bisschen nach unten drückt. Es gibt aber auch noch den Jägerpass. So eine Art Kauf jetzt, erhalte später. Also im Grunde nur eine emotionale Erpressung, dass du auch schön jeden Tag spielst und kommst und deine Juwelen abholst. Denn da gibt es beim Kauf 500 Juwelen und dann jeden Tag 50 weitere. Im Jägerpass erhaltet ihr also insgesamt 2000 Juwelen für 10,99 Euro. Das sind also rund 181 Juwelen pro Euro. Und damit habt ihr ja ein ähnliches Ergebnis wie beim Kauf eines normalen Juwelenpakets mit Bonusjuwelen. Ohne jeglichen Bonus sind es bei den Juwelenpaketen rund 125 Juwelen pro Euro. So, was kosten uns nun die einzelnen Items wirklich? Ein Trank kostet rund 48 Cent, bei 5 Tränken ist das aber auch so pro Trank. Ähnlich bei Farbbällen. Es ist also egal, ob ihr nur einen kauft oder mehrere. Der Stückpreis ist immer der gleiche. Außer bei Zennys, da gibt es dann 10% Rabatt, wenn ihr das größere Paket kauft. So einen Trank nutzt man eigentlich nur, wenn man gerade im Kampf draufgegangen ist und weiterkämpfen möchte. Das heißt, weiterkämpfen kostet uns rund 50 Cent. Da bekomme ich ja gleich total das Arcade-Hallen-Feeling. Einmal einen Monster markieren, also einen Farbball benutzen, würde mich also rund 1 Euro bzw. 1,50 Euro im Regulärfall kosten. Puh, da könnte ich mit den 60 Euro, die ich eigentlich ausgeben wollte, also rund 63 Monster markieren. Und ich will schon so 5 Monster am Tag markieren. Da wären die 60 Euro also schon nach 2 Wochen futsch. Ist das schon Wucher? Das einzige, was sich lohnt, ist in der Tat das Starterpaket. Das kostet 7,99 Euro und hat Objekte und Juwelen im Wert von 18,29 Euro in sich. Ach ja, das eigentlich sehr praktische Verdoppeln der Monster-Teile nach einem Kampf kostet übrigens 2,41 Euro im regulären Preis und 1,59 Euro mit Bonus-Juwelen. WTF 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 WTF